Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist beim neuesten Video, denn heute dreht es sich rund ums Aufräumen im Auto oder fürs Auto. Denn die Urlaubszeit steht bevor und wenn es noch zu heikel ist, ins Flugzeug zu steigen, der wird natürlich wieder auch dieses Jahr mit dem Auto Richtung Süden fahren oder vielleicht auch Richtung Norden. Und deswegen möchte ich das heutige Video wirklich schauen, dass wir unser Auto komplett aufräumen, sauber machen und herrichten. Einfach um uns wohlzufühlen im Auto, denn das Auto ist wie ein Verlängerungsarm zur Wohnung. Aber natürlich auch um zu schauen, was kann man so herrichten, dass es auch direkt für den Urlaub schon super ist. Dann sage ich, starten wir gleich los und sage schon mit Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vergiss nicht, wenn dir das Video gefällt, den Like-Button da zu lassen und ein Abo für den YouTube-Kanal. Denn bei mir gibt es immer mal wieder Videos, aber vor allem gibt es zu den Videos immer einen sehr ausführlichen Blogartikel, denn ich schreibe mir immer ein gutes Skript und was ich vielleicht im Video nicht unterkriege, finde ich so definitiv im Blogartikel. Sprich, alles nochmal in geschriebener Variante und vor allem für dich so eine Art Checkliste, dass du direkt nachschauen kannst, wenn du dein eigenes Auto aufräumst und die genaue Vorgehensweise nochmal in schriftlicher Form. Dann sage ich, starten wir los mit dem Status Quo. Ich zeige dir mal, wie mein Auto jetzt von innen ausschaut. Es ist eigentlich nicht so tragisch, weil ich war erst vor ein paar Wochen mit den Mädels unterwegs am Wochenende und habe mein Auto dementsprechend vorher gereinigt und aufgeräumt. Aber ich zeige dir trotzdem, wie es ausschaut und was bei mir eigentlich immer wenn anfällt, was am ehesten dreckig wird bzw. wo am meisten einfach zusammenkommt. Dann sage ich, schau mal rein. So, das ist schon die Beifahrerseite. Bei mir schaut es so aus, dass eigentlich im Seitenfach nie was drinnen ist. Auf der Beifahrerseite steht in der Regel meine Handtasche und die Mittelkonsole ist meistens auch immer recht leer, was zu finden. Es ist immer eine Dose Kaugummi und ein Chip für das Einkaufswagerl. Dann habe ich im Handschuhfach, ja das Wichtigste drinnen für das Auto, die Bedienungsanleitung etc. am Block ein paar CDs tatsächlich noch, Taschentücher und meinen Zulassungsschein fürs Auto. Dann im Mittelfach eben nichts und dann auf der linken Seite drüben sammelt sie es bei mir in der Regel der Müll. Genau. Und im hinteren Bereich ist eigentlich hauptsächlich mein Hund vertreten. Das heißt, er braucht ihm irgendwie den ganzen Platz und wenn was dreckig wird, dann alle Hexen sind auf der Seite. Wenn der Hund rausschaut beim Fenster mit den dreckigen Pfoten, ich habe immer da hinten drinnen die Warnwesten, die sollte man ja im Auto schon griffbereit haben. Und auf der linken Seite hinter dem Fahrer habe ich meine Einkaufstüten und Einkaufstaschen. Und im Heck ist nichts. Eigentlich fast nie was, außer wenn ich natürlich unterwegs bin, dann habe ich meine Taschen drinnen zum Aufräumen. Wenn ich dann zum Kunden unterwegs bin, das ist auch ganz praktisch. Das ist so eine Plastikeinlage, die kann ich schnell rausnehmen und ausschütteln. Und wichtig ist natürlich, was da drunter drinnen ist. Aber das schauen wir uns dann ganz genau an, wie man den Teil organisieren kann. Alles also beim Ersatzreifen drinnen. Das ist also mein Status quo. Hm, ich bin mir nicht sicher, ob der Wald die beste Idee war, das Video zu drehen. Okay, also ich habe ja im Vorfeld recherchiert zum Thema Auto. Was haben Menschen denn so im Auto drinnen? Und das ist natürlich absolut interessant. Wenn wir nach der KonMari-Methode das Auto aufräumen, räumen wir also immer in Kategorien auf. Und wir müssen also einmal die Kategorien festlegen. Und ich habe jetzt einmal drei Kategorien rausgesucht. Die erste Kategorie ist Technisches. Die zweite Kategorie ist Sicherheit. Und die dritte Kategorie ist Komono. So, und der Technisches fällt zum Beispiel der Ersatzreifen. Die Schneeketten, das Motoröl, die Scheibenreiniger, das Abschleppseil, das Starterkabel, den Wagenheber, generelles Werkzeug oder die Anhängerkupplung. Das sind so technische Sachen, die einfach zum Auto dazukommen, damit es einfach läuft, damit es funktioniert, falls man eine Panne hat, etc. Der zweite Bereich ist Sicherheit. Und unter Sicherheit fällt natürlich das Warn-Dreieck. Da fällt der Erste-Hilfe-Koffer. Dann haben wir da mit drinnen zum Beispiel einen Feuerlöscher oder aber auch die Warnweste pro Person. Zum einen im Auto. Dann ein Gurtschneider, eine Servicehefte, Bedienungsanleitung, Unfallformular, Versicherungskarte, einen Eiskratzer und einen Besen für den Winter zum Beispiel. Sprühflasche für mit Scheibenflüssigkeit. Ist einmal ganz praktisch im Winter. Das wäre also die zweite Kategorie Sicherheit. Und die dritte Kategorie ist Komono. Und Komono ist für mich der absolute Hammer. Also, Komono ist also der ganze Rest. Da haben wir Sonnenbrille, Etui und Ersatzbrille. Dann die Parkscheibe, die Landkarte. Die Einfasskarte oder der Schlüssel für die Parkgarage. Dann CDs oder USB-Stick. Handyladekabel und Handyhalterung. Dann ein Wischtuch, Feuchttücher, Desinfektionsmittel, Taschentücher. FFP2-Maske oder Mund-Nasen-Schutz. Mülleimer, Schirm, Taschenlampe, Kugelschreiber, Block, Bourbons oder Kaugummi. Handcreme, Lippenpflege. Haarbürste, Haargummis, Glücksbringer. Dann je nachdem, was man für Begleitung hat. Zum Beispiel Hundeleckerlis, Leine, Wassernapf. Oder eben mit Kind, dann hat man natürlich seinen Kindersitz drinnen. Aber natürlich auch zum Beispiel Windeln oder Feuchttücher zum Wechseln. Also zum Windelwechseln. Dann haben wir noch mit dabei, wo schauen wir denn noch? Feuerzeug, Socken, Decke, Kissen, Rabattkarte für die Autobahnstraße. Oder überhaupt Coupons und Gutscheine. Dann den Klappkorb und die Einkaufstaschen. Die Tankkarte, Einkaufswagen, Chip, Sonnenschutz fürs Fenster etc. Also es gibt wirklich unheimlich viel, was man so einem Auto mitführen kann. Wie gesagt, das Auto ist wie eine Verlängerung von der Wohnung. Und dementsprechend darf natürlich auch das Auto ordentlich aufgeräumt sein und sauber sein. Und das sind die Kategorien. Sprich, wir räumen nach Kategorien auf und der erste Schritt wäre in dem Fall, wir räumen alles aus. Das ist die KonMari-Methode. Alles aus dem Auto rausholen, komplett leer machen. Und dann, wenn man schon alles leer hat, dann kann man natürlich auch mal vernünftig raussaugen und rauswischen. So, wenn man das Auto mal ausräumt und nach Kategorien vorsortiert. Das ist bitte ganz wichtig. Kategorien sind das Technische, die Sicherheit und Koma noch. Wir werden einfach das Auto aufräumen und dementsprechend schon mal grob vorkategorisieren. Dann sehen wir nämlich, was wir überhaupt alles im Auto mitführen. Im zweiten Schritt schauen wir uns ganz konkret an, was ist denn überhaupt notwendig? Was brauchen wir im Motoröl tatsächlich im Auto? Brauchen wir Scheibenflüssigkeit im Auto? Vielleicht im Winter noch eher als wie im Sommer? Brauchen wir die Schneeketten im Auto im Sommer? Das heißt, all die Dinge schauen wir uns einmal konkret an. Und wenn wir sagen, eigentlich nicht, dann tue ich es im Keller zu den anderen Sachen dazu. Was ist im Keller anderes zum Auto? Da hätte man zum Beispiel die Winterreifen. Oder das Schlossenteiserungsding ist hoffentlich auch nie im Auto drinnen. Weil das wird man ja wenn eh brauchen, wenn man hier draußen ist. Also diese Dinge hat man bestimmt im Keller, die zum Auto gehören. Oder die Anhängerkupplung. Ich meine, ich habe meine im Auto drinnen. Könnt ihr aber rein theoretisch rausgeben, wenn es mich stört. Und einfach im Keller zu dazugeben, zu den anderen Dingen, die das Auto betreffen. Der nächste Schritt ist natürlich aussortieren, was kaputt ist. Das heißt, wenn ich jetzt schon weiß, ich habe die Schneeketten von meinem letzten Auto mitgenommen. Und mein letztes Auto war ein Suzuki. In dem Fall, die Reifengröße würde überhaupt nicht passen, kann ich die Schneeketten definitiv aussortieren und weggeben. Aber wenn ich schon sehe, es ist irgendwas kaputt. Es funktioniert nicht mehr so, wie es sein soll. Das heißt, all die Dinge, die schon wirklich weg können. Oder das Motoröl passt gar nicht für den Motor. Oder es ist schon viel zu alt oder sonstiges. All die Dinge kann man jetzt aussortieren, wegschmeißen. Nach Müll trennen. Aber nicht vergessen, Dinge wie Motoröl gehören definitiv zum Sperrmüll. Und sollte man da wegbringen und nicht einfach in den normalen Hausmüll schmeißen. Wenn du dein Auto ausräumst und merkst, du hast ja Sachen drinnen, die du zurückbringen solltest. Wie den Kochtopf der Oma und den Tappertägel der Mama und ein Kleid oder irgendwelche anderen Sachen zurück ins Geschäft. Das sind Dinge, die kannst du auch thematisch zusammenfassen und sagen, okay, das tust du zusammen. Und das sind alles Dinge, die du zurückbringst. Und beim nächsten Mal, wenn du eine Rundfahrt machst und Dinge erledigst, dann bringst du es einfach zurück. Und dann ist es eben auch wieder draußen aus deinem Auto. Wenn dein Auto also komplett ausgeräumt ist und nach Kategorien vorsortiert ist, wäre der nächste Schritt, das Auto zu reinigen, innen zu reinigen. Ich persönlich bin nicht der allergrößte Fan davon, irgendwelche Produkte zu verwenden, die man kaufen kann. Es gibt ja so Reiniger für den Innenraum etc. So Sprüh, Schaum und wie auch immer. Gibt es einen Haufen. Ehrlich gesagt, ich bevorzuge einfach einen Kübel mit Wasser und ich habe meistens einfach so ein Mikrofaser-Vetex und damit wische ich mir alles ab. Ganz einfach deswegen, ich habe mein Auto gekauft, das ist von innen professionell gereinigt worden. Es hat einmal kurz geregnet, ich habe das Fenster offen lassen, es hat reingetropft und man hat richtig diesen Schmierfett-Film gesehen, wie der innen runterläuft, weil einfach irrsinnig viel Reinigungsmittel drauf war. Und jetzt habe ich das Auto schon mehrfach innen einfach nur mit dem Vetex und mit Wasser rausgewischt. Das ist genauso sauber, wie mit irgendeinem Mittelchen. Und es riecht gut, weil es einfach noch immer diesen Geruch einfach automatisch drinnen hat. Und ja, für mich ist es einfach die beste Funktion. Wenn ich merke, es verbleicht oder irgendwas, dann kann ich wieder anfangen, so einen Sprühreiniger zu verwenden. Aber da würde ich sicher mal sagen, mit Bedacht benutzen und nicht komplett alles vollschäumen und drüber wischen. Weil irgendwann finde ich einfach, dass es klebrig wird und das macht für mich jetzt einfach nicht unbedingt viel Sinn. Was ich auch mache, ist mit einem Fensterputzmittel natürlich die Fensterscheiben innen reinigen. Aber auch mit so einem Polsterreiniger kann man die Polster reinigen, die Sitzflächen reinigen. Und wenn man hartnäckige Flecken drinnen hat, dann kann ich empfehlen, so einen Kärcher beziehungsweise so ein Dampfreinigungsgerät. Da gehen eigentlich die Flecken auch meistens ganz gut raus. Da gibt es eher Anleitungen, wie das separat funktioniert. Ich hätte gesagt, ich bin also kein Putz-Fanatiker und ich weiß sicher nicht, über alles Bescheid. Aber wenn ich was mache, dann möchte ich es vernünftig machen und dementsprechend kann ich nur meine Tipps so weitergeben. So, wenn das Auto jetzt einmal von innen gereinigt ist, dann hast du hoffentlich so deine ganzen Verstecke gefunden. Die ganzen Verstecke, wo man Stauraummöglichkeiten hat. Denn wenn man ein bisschen genauer hinschaut beim eigenen Auto, und das kann ich jetzt pauschal sagen, das ist natürlich bei jedem Auto unterschiedlich, gibt es da verschiedene Knick-Knacks, die man irgendwo hat. Zum Beispiel, ich meine, das Handschuhfach würde ja jedes Auto haben, aber man findet meistens unter dem Beifahrersitz haben viele Autos eine kleine Schublade drinnen. Oder zumindest mal mal Suzuki gehabt vorher. Oder was jetzt neu ist in dem Auto, ist ein Brillenfach oberhalb beim Mittelspiegel. Oder was das Auto hat, ist eben, dem Ersatzreifen unten ist relativ viel Platz drinnen, um da Sachen unterzukriegen. Bei meinem Freund im Auto, der hat sowieso hinten im Kofferraum zwei Seitenfächer, die er nutzen kann. Da hat er einmal Werkzeug drin, das andere sind irgendwelche armen Sackerl und Putzfetzen drinnen. Das heißt, da wirklich einmal durchgehen und schauen, was hat eigentlich mein Auto für Stauraummöglichkeiten. Und die wirklich ganz genau einteilen und anschauen. Denn im nächsten Schritt werden wir nämlich anfangen, die Sachen wieder wegzuräumen. Das Auto einfach wieder gleich einzuräumen wie vorher wäre komplett schwachsinnig. Deswegen machen wir es anders, wir machen es mit System. Und mit System einzuräumen bedeutet, wir fangen natürlich mit den Dingen an, die fürs Auto ja am wichtigsten sind. Sprich, den technischen Dingen und mit den Sicherheitsdingen. Das sind die ersten beiden Kategorien, die ja definitiv wieder ins Auto müssen. Und da stellen wir uns die Frage. Die erste Frage lautet, was muss ich immer griffbereit haben? Ja, griffbereit. Was muss ich immer griffbereit haben im Notfall? Und was brauche ich griffbereit, wenn ich für den Urlaub fahre? Die Dinge sind wichtig zu wissen, denn das endet sie zum Beispiel. Wenn der Kofferraum, so wie bei mir, relativ immer leer ist, dann kann ich vieles einfach unten drinnen haben, dort wo der Ersatzreifen ist. Wenn ich aber in den Urlaub fahre und mein ganzer Kofferraum ist vollgeladen mit Koffern und anderen Krams, dann komme ich da schlecht rein. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, das Warentraieck da unten drinnen zu haben während der Urlaubsfahrt. Das heißt, du müsstest das Warentraieck zum Beispiel in ein Seitenfach geben, auf den Rücksitzner oder sonst einen anderen Platz dafür finden. Das heißt, diese drei Fragen sind essentiell zu beantworten, je nachdem, welche Fahrt du vorhast. Und da unterscheiden wir im Prinzip einfach nur vom alltäglichen Gebrauch hin zum Urlaubsgebrauch. Wenn die ersten beiden Kategorien wieder ins Auto eingeräumt sind, dann starten wir mit der dritten Kategorie, mit dem Komono, um das wieder einzuräumen. Komono ist im Großen und Ganzen alles, was ich vorher vorgelesen habe. Die ganzen Extrasachen, die wir eigentlich nicht wirklich fürs Auto brauchen, aber die natürlich praktisch sind, wenn wir sie mit dabei haben. Und auch da gibt es natürlich das eine oder andere, das man da kaufen kann, einen Organizer. Und ich bin kein Freund von zu vielen Organisern. Ich finde, man kann es schwerer machen als nötig. Es muss praktisch sein. Das ist für mich am wichtigsten. Und das ist für jeden natürlich anders. Was ich gekauft habe zum Beispiel, ist eine Unterlage fürs Auto, also für den Autositz, für den Rücksitz. Einfach deswegen, weil der Hund die ganze Zeit da hinten drin ist und das nicht nur die Bank bedeckt, sondern auch die Lehne, wo der Hund halt immer zu anlehnt und die Haare trotzdem dran picken bleiben. Dann habe ich einen Mülleimer, weil ich ja doch immer im Auto esse und trinke und einen Haufen Zeug sehr oft ansammelt. Und ich habe mir das lieber, dass ich das in so einem kleinen Mülleimer drinnen habe. Und dann habe ich noch so ein Netz, das kann man hinten dran machen, im Kofferraum drinnen. Das zeige ich dann, wie es ausschaut, weil es ist ja immer so schief und mit der schiefen Fläche kann man nicht viel anfangen, um das ein bisschen auszufüllen, habe ich mir gedacht, schau ich mal das Netz an. Und als letztes habe ich noch so einen Haken, ich finde den auch ganz praktisch. Den kann man bei der Kopflähne anmachen, dann kann man also hinten auf dem Rücksitz praktisch entweder was raufhängen, sprich wenn man was befördert, was nicht immer dumm kullern soll am Boden oder eben die Jacke im Winter oder wenn es geregnet hat. Es fungiert aber auch als Handyhalterung, also ich finde irgendwie auch ganz cool. Das hat so eine doppelte Funktion. Ich würde sagen, jetzt räume ich mein Auto aus, ganz geschwind, räume das wieder ein und dann zeige ich euch das Endergebnis mit den fertigen Dingen, die ich dann benutzt habe. So, jetzt möchte ich euch das allererstes einmal zeigen, was bei meinem Ersatzreifen drinnen ist. Wichtig, beim letzten Mal Reifentauschen haben wir geschaut, dass der Ersatzreifen auch den richtigen Reifendruck hat, was sicher einmal zu prüfen wäre, dort oder da. Dann habe ich da unten wirklich viel Stauraum und trotzdem ist es mir lieber, wenn ich ein paar Sachen heroben habe, das schauen wir uns gleich an. Als allererstes, ihr habt den Ersatzreifen, dann hinten in dem weißen ist die Anhängerkupplung. In dem schwarzen Sackerl sind die, ich weiß gar nicht, Schrauben, sagt man Schrauben dazu für die Winterreifen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass da in der Tasche tatsächlich Werkzeug drinnen ist, aber natürlich sehr praktisch. Und weil ich weiß, dass bei mir schnell einmal die Batterie ausgeht, habe ich natürlich ein Starterkabel. Dann auf der linken Seite, da drinnen ist im roten das Warndreieck und das Erste-Hilfe-Paket und dann habe ich da meinen Wagenheber noch. Und zusätzlich habe ich hier drinnen Handschuhe, weil im Winter ist es wirklich unangenehm, kann es unangenehm sein, wenn man irgendetwas tun muss. Und so eine Gurte, so Spanngurte. Zusätzlich habe ich eine Flasche Wasser, für wie immer Fälle halt einfach. So, im heroberen Teil habe ich mir jetzt auch für den hinteren Bereich vom Kofferraum, weil das ja immer so schief ist und man kann irgendwie diese Schräge nicht unbedingt gut nutzen. Und ich habe früher einfach so eine Kiste gehabt mit den ganzen Dingen drin, dann ist die immer hin- und hergerutscht. Das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendetwas, was ich vernünftig diese Schräge nutzen kann. Es gibt andere Produkte, ich habe mir die genauer angeschaut. Ich bin von den anderen Produkten, wo man die über die Lehne oder irgendwie einklemmen und einzwicken muss und was wirklich irrsinnig viele Fächer hat, nicht so begeistert. Einfach deswegen, weil ich der Meinung bin, dass man den Bereich am allermeisten einmal ausnutzen soll und wenn der gut gefüllt ist, dann kann man anfangen, da hinten Dinge zu benutzen. Ich habe es jetzt einfach erhoben, weil es praktisch ist, weil ich doch immer mal gern zuweg greife. Und so schaut das auch aus. Ich habe jetzt einfach mein Fensterputzmittel, dann habe ich so ein Insekten-Spray, damit diese Leichen vorn verschwinden. Und Baumwolltücher, ich nehme also eigentlich immer die alten Geschirrtücher, um das Auto zum Nachputzen. Was ich wirklich immer tue, ist, wenn ich mein Auto runterspritze und runterwasche außen, die Fensterschein putzen. Weil ich finde, das macht einen irrsinnigen Unterschied, ob die Fenster nach dem Abdampfen oder nach der Waschstraße nass trocknen, also dann bleiben diese Flecken drauf, diese Kalkflecken. Oder ob ich es eben mit dem Fensterputzmittel noch einmal drüber wische. Das dauert keine fünf Minuten und das schaut einfach gleich noch einmal ganz anders aus. So, man sieht es eigentlich nicht, es ist schwarz, aber das ist eben dieser Schutz, den ich gekauft habe, den ich da jetzt reingespannt habe praktisch. Und damit ist die Rückenlehne geschützt, weil der Hund einfach so hart und diese weißen, schwarzen Haar dann überall kleben und mir nervt das einfach. Und man kriegt das irgendwie nicht raus, weil die verfangen sich dann in diesen Fasern da drinnen. Und ja, einfach aus Convenience, ganz easy peasy. Dann, was ich noch gekauft habe, sind diese Haken, die finde ich super. Ich habe gesagt, da kann man einfach dann was draufhängen und man kann das von unten rausziehen und dann hat man eine Handyhalterung. So, so schaut der Haken aus mit dieser Handyhalterung. Ich kann es natürlich schlecht demonstrieren, weil man ein Handy in der Hand hat. Aber dann kann man da ein Handy einklemmern und ich meine, speziell zum Entertainment für Kinder auf langen Autofahrten macht das durchaus Sinn. Oder wenn man überhaupt eine lange Autofahrt hat, einfach für jede Person, dann braucht man es nicht in der Hand halt. Da habe ich jetzt, davon gibt es zwei in dem Paket. Da habe ich eins auf dieser Seite und das andere auf der anderen Seite drin. Schauen wir mal, wie es ist, erweist, wie praktisch das ist. Es stört mich jetzt optisch ehrlich gesagt nicht. Die Lehne, die Kopflehne, die geht ein Stück höher. Die habe ich vorher ganz unten gehabt. Ich denke mal, es wird mich nicht stören. Soll es mich tatsächlich auf meiner Seite stören, dann tue ich es halt rüber und damit hat es sich erledigt. Und ja, das ist dann die Ischpack am Abgrund irgendwie. So, und auf der Fahrerseite habe ich mir eigentlich nur diesen Mülleimer gegönnt. Das ist aus, keine Ahnung, Silikon oder so. Das ist ganz einfach. Das ist halt so eine Getränkebecherform. Passt also da in die Getränkebecherhalterung rein. Für mich ganz praktisch. Wie gesagt, ich esse und trinke im Auto und damit ich einfach einmal schnell was wegschmeißen kann, kommt es da rein. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Für mich war es super interessant. Erstens einmal zum Recherchieren, was man alles im Auto hat. Zweitens zu schauen, was habe ich davon eigentlich im Auto. Und drittens, weil es mir einfach Spaß macht, mein Auto schön zu haben. Um ganz ehrlich zu sein, es macht mir einfach eine große Freude, in ein Auto einzusteigen, das sauber ist, das aufgeräumt ist. Und natürlich muss ich immer wieder dran dabei bleiben. Das ist wie zu Hause, das ist wie bei jedem, ganz ehrlich. Es bewegt sich was, es ist kein Ausstellungsstück. Man benutzt es ja und dementsprechend muss man die Dinge dann halt einfach wieder up to date halten, wieder mal aufräumen, wieder mal sauber machen, wieder mal drüber wischen oder wie auch immer. Und das ist bei jedem natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem wie häufig das Auto benutzt wird, von wie vielen Personen das Auto benutzt wird. Und ja, somit kommen wir jetzt eigentlich von dem Video zum Abschluss. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben-Button da zu lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wie gesagt, das ganze Skript ganz ausführlich mit der kompletten Beschreibung von wie, wo, was, wann ich was, wie machen muss. Mit den ganzen Dingen dazu, mit den ganzen Kategorien. Findest du alles im Blogartikel, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, sage ich an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Adios.